Die Neumondbelagerung. Warum mal zum Hauptmann hin. Jena. Oh. Ihr habt die Waffenschmiedin gefunden? Lebend? Ich muss zugeben, ich bin schockiert. Und sie bringt mächtige Magie mit? So eine Hilfe ist uns mehr als willkommen. Und sie kommt zur rechten Zeit. Die Tuatha nähern sich. Okay. Erzähl mal von Hochfolgen. Traf ist dort ebenso hindurchgestürmt wie durch das Neumondlager, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzublicken. Und nachdem die Ariad fort waren, blieb das Neumondlager schutzlos zurück und wurde von den Tuatha angegriffen. Gut, aber die Waffenschmiedin, die ist doch jetzt hier und macht euch die Schwerterscharf. Annelasaf ist eine von uns, auch wenn sie sich nicht so verhält. Aber ihre Arbeit macht ihre Persönlichkeit mehr als wett. Na, siehst du wohl. Gut, wo geht's denn hier los? Sag an, ich mach sie alle nieder. Gut. Oh. Och Leute, das ist mir zu viel. Ja, ha, 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 ha. Hm. So, haben wir. Ach, da ist noch einer. Habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. Nö. Noch irgendwas hier? So, wo ist der Hauptmann? Komm her, hier. Hey. Dank euch haben wir tatsächlich die Chance zu überleben, bis Verstärkung eintrifft. Ich hoffe nur, unseren Truppen im Schattenpass ergeht es ebenso gut. Ja, logisch. Was kann ich sonst noch tun? Ich bin gerade so richtig drin, also. Ihr könntet die Söldner zurückbringen. Wir haben sie angeheuert, als die Verstärkung nicht kam, aber sie haben uns im Stich gelassen. Wir brauchen sie, wenn wir noch länger aushalten wollen. Seid ihr dieser Aufgabe gewachsen? Tja, das werde ich sehen. Aber, äh, warum sind die denn überhaupt gegangen? Ich schätze mal wegen Kohle, ne? Wir konnten uns ihren Söld nicht mehr leisten. Ganz einfach. Gut. Ihr habt Söldner erwähnt? Wieso? Sie wollten desertieren, sind aber nicht weit gekommen, weil die Tuatha sie zurückgedrängt haben. Aha. Sie haben dann auf dem Überhang ein Lager aufgeschlagen. Ihr müsstet mit ihrem Anführer sprechen. Rorim Cain. Ah. Und, äh, wo sind die? Sie haben auf der Landbrücke im Süden ein provisorisches Lager aufgeschlagen und wollen Alabastra in Kürze verlassen. Na gut, okay. Ich kümmere mich gerade um. Wiedersehen. Aber, achso, die Neumondbelagerung, ähm, geht noch weiter. Ja, ich wollte erst die andere Quest noch machen, aber ist ja nicht. Oh, jetzt kommen wir wieder in die Region, wo mehr als reichlich Kisten sind. Aber hier unten ist erstmal... Die werden wir nehmen. Na, Wolfsburg ist sehr glücklich. Der Herrscherfeind-Ding. Hm. So, was haben wir denn hier? So, komm mal her. Nein, 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 nein. Das würzen wir hier ab. Na, schneller geht's ja wohl nicht, ne? Ah ja, genau die Quest wollte ich eigentlich machen, der Bollgangflug, aber... Äh, ist ja nicht notwendig. Mittel, äh, gehen wir hin. Gute des Wahnsinns. Hm, die ist da unten. Äh, wie komme ich denn da jetzt hin? Kann ich hier irgendwo hinterspringen? Nee. Das heißt also, ich muss... Oh, da fliegt noch eine. Ey, Schätzchen, komm her. Komm, 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 komm. Oh. Ja, die war nicht mehr eingeplant. Nee, nicht wirklich. Wo haben wir denn? Ah, da. Ja, da muss ich oben rumgehen. Sandal... Was, was, was wandert? Sandalen schon wieder? Wir kommen's weg. Mann. So, Sandalen des Seers. Was haben die denn? Eisschaden? Ja, damit bin ich eigentlich gerade unterwegs. Aber egal. Ich muss da oben rum. Ja, Faktum. Oh, Vergorta. Na, komm. Hey, 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 hey. Ich find das Ding in so... Ey, guck mal, den hab ich so richtig schön in der Dicke mal reingeprügelt. Ja, geil. Er zappelt noch ein bisschen. Aber so nicht, mein Freund. Hier ist nichts. Doch, hier ist wohl was. Trübe magische Scherbe. Das ist sehr gut. So, hier waren wir noch nicht. Aha. Aber hier können wir nicht rein. Nee. Komm, gib Gummiflummi. Dich kümmere ich mich jetzt. Na, nein. Ja, tschüss, ich geh dann jetzt, ne? Ja, tschüss. Ja, mach's gut. Echt prickelnd. Doch, ist das geil. Hut ab. Ich find immer geil. Was meint er denn? Er geht wieder stiften. Aua. Boah, herrlich. Ja. Und er zappelt wieder. Die zappeln alle so hier. Nee. Sekündchen. Warte mal. Nee, nee. Deswegen bin ich nicht hier geblieben. Ich will wissen, wie ich da hinkomme. Wie komme ich denn? Guck mal. Nee. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Oh. Ich will da aber jetzt hin. Ja. Wie komme ich denn da oben hin? Ist das da oben, oder? Aua. Ja, drei Magier. Halleluja. Da ist dann natürlich Ende Gelände. Da. Ah. Aber. Wie. Komm ich da hin? Das sieht so aus, als wenn ich wieder zurück müsste. Aber jetzt nehmen wir erstmal das hier alles auseinander. Und schau mal. Ich war doch aber gerade da. Das ist da oben. Ah. Jetzt sehe ich es. Ja. Jetzt sehe ich es. Gut. Dann weiß ich wenigstens darüber Bescheid. Äh, was machst du denn? Aha. Ja, das ist erreißend. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Irgendwo ist hier eine Truhe. Aber wo ist sie? Hallo? Da. Langschwert der Nacht. Nein, ist er nicht herzerreißend. Die Dinger. Ich liebe sie bei Tag und Nacht. Ja. Gut. Aber von da bin ich doch gekommen. Komm, jetzt gehen wir doch mal da hoch. Weil da oben ist wir ja eigentlich hin. Ne? Weil da links lang kommen wir auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal Faktum. Oder bin ich noch falsch abgebogen, dass ich hier hätte jetzt rechts hoch gemusst? Ja, sehr. Hier von... Ah. Hier bin ich... Das sind bestimmt die Söldner da oben. Ja. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Weil sie sagt ja auch für Brücke. Ah. Jo. Da sind sie. Absolut. So. Schwer. Gucken wir mal, ob das schwer ist. Nein. Das passt nicht. Alt. Jawohl. Killer. Was? Dü-dü-dü. Aha. Da kommt wieder ein Angriff. So. Ein von den vergessen oder das ist aber eklig. So, jetzt geht da hinten noch weit. Die sind sich da am Prübeln. Gut. Und dann ist es auch hier. Ja, da guckst du, ne? So. Wer ist denn hier euer Schiff? Er hier? Man kann von dir aus nicht zum Schatten. Er pennt hier. Ich brauche keine Versprengten, die mich anbetteln. Ich habe nichts und würde auch andernfalls nichts hergeben. Verdammte Schmarotzer. Hochfolgen ist kein Ort für jemanden wie euch. Woher willst du das wissen? Aber erzähl mal von euch, Gorem Kane. Ihr seid Söldner. Die ersten paar Jahre des Kristallkriegs habe ich als Soldat verbracht. Aber die Bezahlung war schlecht und ich dachte, ich könnte bestimmt mehr rausholen. Verurteilt mich ruhig, wenn ihr wollt. Aber ich bin noch am Leben, nicht wahr? Ja, aber ihr habt doch mit Hauptmann Kahnwein zusammengekämpft, oder? Und weswegen seid ihr weg? Ihre Beharrlichkeit ist aller Ehren wert, auch wenn ihre Hoffnung vergebens ist. Aber mit Ehre allein lassen sich unsere Mahlzeiten, unsere Reparaturen oder unsere Überfahrt über das Meer nicht bezahlen. Im Krieg geht es darum zu überleben. Für Ehre ist auf dem Schlachtfeld kein Platz. Ja so, das meinst du. Aber was ist mit Hochfolgen? Es gibt in diesem Kampf nur wenige Stellungen, die von größerer Bedeutung wären. Die Tuater wollen uns von Alabastra fernhalten und werden uns nach Chlorikon zurückdrängen, wenn sie können. Ja gut, ist ja gut. Aber hier im Neumotlager, da sind Leute und die Bezahlung, klar. Es ist ein Massengrab, auch wenn es dort noch niemand weiß. Ganz unter uns. Hätte uns Kahnwein bezahlen können, hätte ich meinen Männern mit Freuden befohlen, dort zu bleiben und zu kämpfen. Ich bin kein Unmensch, aber ein Söldner zu sein bedeutet nun mal auch, dass man nicht jede Schlacht schlagen kann, an die man glaubt. Mhm. Ja gut. Äh, noch mehr? Ja. Ja, ihr seid Söldner. Gut, geht um die Kohle. Wir kamen hierher, um bei Desiderius Traf Arbeit zu finden. Es heißt, Traf sei alles andere als geizig. Aber? Aber Hauptmann Desiderius, erzähl mir mal von ihm. Er ist der kommandierende Offizier einer Einheit aus Kundschaftern und Attentätern der Alpha. Hauptmann Traf neigt dazu, die Dinge instinktiv zu entscheiden. Er ist ein großer Mann, aber es ist schwierig für ihn zu arbeiten. Doch, Bezahlung ist Bezahlung und Gold ist Gold. Also, wen interessiert's, was? Mhm. Gut, wieso kommt ihr nicht einfach mit? Ist doch kein Problem. Weil ich ohne Bezahlung keinen Finger rühre. Ja, gut. Ohne Auftrag bin ich nur ein normaler Soldat, der auf seinen Tod wartet. Aha. Äh. Was muss ich tun? Erzähl. Meine Leute könnten sich problemlos durch einen Haufen Tuata schlagen, um zum Schattenpass zu gelangen. Wenn da nicht diese Wachtürme wären, die uns beschießen. Wenn ihr wollt, dass wir etwas mehr Zeit im Neumondlager verbringen, brennt ihr diese Türme für uns nieder. Ihr bekommt dazu sogar den Rest unseres Feuers. Äh. Ja gut. Wiedersehen. Gut, 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 gut. Moment, jetzt muss ich gucken, Inventar, sind das jetzt Waffen, oder? Warte. Ja. Die ist es nicht, die auch nicht. Nee. Das ist Ehre. Halt. Zack. Ja, wenn dann noch, kann ich hier ganz kurz aufräumen. Das ist ja wohl Lego. 257, also höher gehen die Kunden nicht, so wie ich das sehe. Nee. Zack. Gut. Konsum. Scheiß. Halt. Hab ich da noch irgendwas? Nee, gibt es nur noch die, den guten Stuff. Ähm. Sekunde. Die muss ich, ach da. Ah, die hab ich also, wird die automatisch ausgelöst. So, ich soll drei Stück, aber erstmal plündere ich euch. Jo, ist das Stehen? Nö. Sehr leicht. Sehr gut. Na gut, dann werden wir mal die, welcher ist denn am naheliegendsten? Alles klar. Einmal nach rechts und dann brauchen wir nur nach links gehen. Siehst du, diesen Aufgang hab ich gar nicht gesehen. Nö. Horrido. So, den haben wir doch gerade schon platt gemacht. Na gut. Ja, du willst, was willst du? Ja. Ja, ich bin vollkommen zufrieden mit dir. Absolut. Hauptsache, ihr seid tot und bleibt tot. Zepter der Nacht. So, verbrennen. Hab ich. Numero Uno. So, jetzt machen wir Numero Due. Alter, nehme ich das gleich mit. Was dir? Und das sind nur drei Dumpen. Aua, 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 aua. Was? Damit schnell und zügig geht. Ja. Ja, durch diese Fähigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist das Spiel etwas schneller geworden. Ja. Aber nicht wesentlich einfacher. Nö. Gut, äh, ich würd sagen... So, dann komm mal her. Hm, ja, 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 ich versteh dich. Ich weiß, was du meinst. Du bist dann... Ja, du bist der Härteste. Oh, da tut mir aber leid. So, erledigt die ganze Schose. Moment, dann nehme ich wenigstens die Truhe mit. Ja. Jetzt zerreißend. So, da sind noch ein paar... Nein, 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 nein. Aua. Erledigt. Ja, 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 so läuft das hier richtig. Oh, halt. Und nicht anders. Nee. Gut. Ähm, naja, hier rum. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich heute komme. Und weil heute ist ja auch kein Fußball, soviel ich weiß. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Aber wenn alles gut läuft... Hm. Könnte es. Ja, obwohl beim ersten Durchgang habe ich 211 Durchgänge gehabt. Also 211 Folgen. Aber jetzt, wir sind jetzt hier bei 180. Das ist die 180ste. Keine Ahnung, genau. So, steh mal auf, du Ampelmann. Ich habe so etwas Schönes noch nie gesehen. Das müsste reichen, um sie zum Schattenpass zurückzutreiben. Aha. Damit habt ihr euch eine Weile unserer Mitarbeit versichert. Und wenn das alles vorbei ist, solltet ihr in Erwägung ziehen, euch uns anzuschließen. Äh, warum, warum sollte ich das? Los, ab zum Neumontlager. Dieses Lager kann sich glücklich schätzen, die Söldner zu haben. Ha, und vielleicht werden durch diese glückliche Fügung auch unsere Börsen ein wenig schwerer. Ja, das ist, äh, durchaus möglich. Na gut. Wiedersehen. Hey. Klapp dafür. Ich komm mit. Ich begleite euch. Nachher kratzt da unterwegs noch ab. Das geht ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht verantworten. Ja, die ist zu. Die ist wahrscheinlich von, weiß ich nicht, Gutflow oder von Tier noch, keine Ahnung, da zugemacht worden oder überhaupt allgemein zu. Naja. Da ist noch was. Mhm. Aber wir geben jetzt erstmal die Quest hier ab und dann werden wir weitersehen. Ja, dann verkaufe ich einiges. So, wo ist der Hauptmann hier? Bin mal gespannt, wie viel Aufgaben ich noch machen muss. Danke, dass ihr das Neumondlager wiederhergestellt und uns geholfen habt, die Tuata zurückzuschlagen. Nun liegt noch eine letzte Herausforderung vor uns. Ich bin keine große Anführerin. Ich kann meinen Soldaten nicht die Inspiration vermitteln, die sie brauchen. Aber die Belagerungsbrecherin kann es. Sprecht zu ihnen. Motiviert sie zu Großtaten. Dann überleben wir das alles vielleicht. Wut? Ich kann nicht reden. Ja. Wenn ihr zu den Truppen sprechen könntet, würde es das Feuer wieder entfachen, das tief in ihren Herzen immer noch brennt. Sie vertrauen euch, Heldin. Führt sie an! Äh. Wiedersehen. Na gut. Wo muss ich denn hier quatern? Ah, guck mal. Ah, so. Dies ist unsere Heute wird abgerechnet. Dies ist unsere Schicksalsstunde. Nee. Wir sind jetzt um sieben. Verdammt, wir werden kämpfen. Nee. Oh, Mist. Letzter Angriff zurückschlagen. Ah. Ja gut, dann werden sie es ja merken. Oh, da kommen Big Buddies. Na ja, gut. Ein Tastendruck hatte wir waren. Und das war's für mich. Nein, nein. Oh, da leben wir doch. Sehr gut. Wo bist du? Hauptmann. Hey. So, komm her. Ja gut. Super. Halt. Halt, halt. Wo bist du? Wo, 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 wo ist der Schmied? Schmiedin. Ey, kannst du mal... Man kann von hier aus nicht zum Schattenpass gelangen, ohne dabei über die Tuata zu stolpern. Ich kann nicht mit dir reden. Nö. Na gut. Dann werden wir jetzt eins mal zerlegen. Zepterwein nach. Hm. Diese. Na, komm schon. Komm. 166er, 257, die Kutte. Boah, da... Ne, 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 ne. Die will ich nicht zerstören. Auf keinen Fall. Ebenholz. Die Heimklingen. So, und das andere ist hier... Halt, Inventar. Eieieiei, mein Pad springt wieder rum, ha? Absolut. Absolut. Lässt sich wieder nicht steuern. Ne. Ist schon blöd. Warte mal, was ist denn hiermit? Ne, komm. Absolut nicht. Accessoires brauche ich nicht. Nein, nein, brauche ich wirklich nicht. Konsum. Du kannst weg. Aber mehr haben wir auch nicht, ne? Nein. So, wo ist der Knabe, dem ich alles verschöpfen kann? Was ist der denn jetzt? Hallo, Atta, unten schlürt da rum. Ja, ich habe gern für Haupt. Der Legende nach bildet der Wall um Alabastra eine makellose, natürliche Spirale. Ja. Und? So, einkaufen. Verkaufen. 14 Stück. Wunderbar. Gucken, was er Neues eventuellerweise hat. Ne. Große, quälende Mieten. 14 Leben. 11 Prozent. Nein. 19 Prozent Schaden. Nehmen wir mal beide. Was sind die Seiten? Nein. Ach, komm. Nehmen wir die. Ja. Nehmen wir einfach mal das, was war so. Blutungsschaden? Nein. Schaden bei Tag. Auch nicht. Mana. Nehmen wir Fuller um. Die haben immer gute Dinge. Ne. Das war's. Ja gut. Tschüss. Ähm. Quest. Der Bolgarnfluch. Genau. Da haben wir noch einen. Also. Werden wir dies noch eben fix machen. Oh ja. Das weiß ich nicht, ob das in der Höhle ist. Wenn das in der Höhle ist, dann ist das schlecht. Ja. Ganz schlecht. Ja. Das ist in der Höhle. Das ist in der Höhle. Und du kannst auch die Seiten wechseln. Aber es ist schon zu spät. Ja. Hat sich schon erledigt. Oh, lecker. Oder nein. Oh, der trifft mich. Aber kein Schaden. Kein Schaden. Ja. Kein Schaden. Oh. Ist schon, äh. Trotzdem heftig mein Ding. Absolut. Gut. Da lag noch die Kohle rum hier. So, jetzt hat der seinen Willen gekriegt. Und, äh. Geben wir die Quest ab und dann gucken wir, was wir weitermachen. Ab dafür. Moment, da ist noch ein Segen, den wir nicht haben. Hey, hey. Und jetzt geben wir die Quest ab und dann, äh, das sind ja nicht die einzigsten Quest. Hier sind ja noch so viele, ähm, Höhlen und alles, wo ich überall rein will. Wir haben im ersten Durchschnitt, habe ich nicht alle Höhlen mitgenommen. Ne. So. Ihr seid zurück? Ja, ja. Kein Bolgan ist hart genug, um es mit der Heldin aufzunehmen, stimmt's? Richtig. Genau. Der Bolgermeister, die Bolgermeister sind tot. Hör hin und weg und begraben. Ach, danke Sterbliche. Dank euch ist Hochfolgen nun ein wenig sicherer. Ja gut. Und, äh, was ist jetzt mit Hauptbahnkanven? Äh, ist das jetzt alles gut hier? Es heißt, sie habe nur wenig Erfahrung. Aber ich habe Besseres zu tun, als mit jenen oder über diejenigen zu plaudern, die unter mir stehen. Hm. Na gut. Ähm, was sagst du jetzt zu dem Neumondlager? Ist ja jetzt wieder richtig aufgemutzt. Ich wurde ins Neumondlager entsandt, um bei der Einschätzung der Lage zu helfen. Dabei steht so viel mehr auf dem Spiel. Aber bevor ich mich wieder wichtigeren Dingen zuwenden kann, muss ich diese niederen Aufgaben erledigen. Oder jemanden finden, der sie für mich erledigt. Ach so. Ja gut. Dann, äh, seht zu. Polka im Flugfest gemeistert. Ja, Freunde. Ich würde sagen, für diese Folge auf jeden Fall. Und, äh, dann schauen wir mal, was in der nächsten passiert. Und, äh, dann schauen wir mal, was in der nächsten Fall ist. Und, äh, dann schauen wir mal, was in der nächsten Fall ist.